Ein schwerer Unfall hat sich auf der B25 zwischen Marktoffingen und Fremdingen ereignet. Ein 33-jähriger Mann geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem LKW zusammen. Der PKW-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, der LKW-Fahrer nur leichte. Zur Bergung des LKWs war die B25 vorübergehend gesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017